KI verändert den Blickwinkel. Wenn man nur Informationssysteme baut – ups, habe ich nur Informationssysteme gesagt? – meine ich auch. Informationssysteme sind ja relativ einfache Sorten von Software-Systemen, solche die Geschäftsprozesse unterstützen und auf im Großen und Ganzen konsistenten Daten arbeiten. KI sieht das anders. KI kann auch mit inkonsistenten Daten, mit Daten aus unterschiedlichen Quellen, von denen man die Herkunft vielleicht auch nicht immer genau prüfen kann. Und trotzdem kann man auf solchen Daten Anomalien erkennen, Muster, Cluster erkennen, logistische Regressionen durchführen, Zusammenhänge identifizieren und damit auf Erkenntnisse kommen, die man vorher gar nicht hatte, nach denen man gar nicht zielgerichtet gesucht hat, sondern einfach Erkenntnisse aufgrund von Datenvielfalt und deren statistischer Untersuchung. Tolle Sache, finde ich. Damit kommt man zu neuen Lösungen, zu neuen Services, neuen Geschäftsmodell, Innovationen und auch zu ganz neuen Entscheidungen, die man im Rahmen dessen, was man mit Informationssystemen vorher getan hat, vielleicht gar nicht angestrebt hat. Kann man aber nur tun, wenn man weiß, worum es geht. Wie fast immer im Leben. Wenn man weiß, worum es geht, heißt an der Stelle, wenn man weiß, was in so einer Branche passiert, was an Unternehmen interessiert. Eine Versicherung, eine Bank, ein Lotterieunternehmen, Automotive, die haben unterschiedliche Fragestellungen, die mit KI untersucht werden können. Ich glaube, wir können das, weil das sind die Branchen, in denen wir schon seit 20 Jahren Software entwickeln. Deshalb glaube ich, dass Adesso der richtige Partner ist, um integrierte Systeme zu bauen. Systeme, die Informationssysteme umfassen, cyberphysikalische Systeme und nahtlos AI-basierte Anteile integrieren. fairer Tauschen der Mitglied von